Wie schnell rückwärts gehen. Kann ich wieder langsam rückwärts gehen? Jetzt hat er gefragt, ob er die Schwimmen will. Dann sage ich auch immer noch, danke für die Fragen. Aber kann ich rückwärts gehen? Jetzt haben wir gesehen, dass er nicht so gerade geht. Dann habe ich mir keine Herausforderung gegeben. Ich habe gesagt, kann ich hier irgendeinen Fokus nehmen? Nehmen wir hier diese Wande. Kann ich hier? Kann ich hier? Fünf Schritt rückwärts gehen und auf dieser Linie bleiben? Dann sage ich, wo ganz gerade rückwärts gehen, wenn wir nicht gerade sind. Jawohl. Dann habe ich mir eine Herausforderung gegeben, dass ich wieder gerade bin. Aber das ist so da, wo, wenn ihr uns eben Spiele lehrt und anfängt anwenden, wollt ihr euch...